ok ich hab sie nicht so weiter Eikene woher komme ich jetzt aber ich glaube ich komme von da an noch kurz gibt es hier noch was mehr die Schere absolut gar nichts ist voll traurig wenn man schon wieder ein Schlüssel Alter Alter Weißt du was, alles brauche ich einen Schlüssel, denn ich habe keinen Schlüssel Überall braucht man einen Schlüssel Jetzt bin ich schon wieder hier Oh, warte noch Ja, äh, toll Also nicht, dass es jetzt nichts bringt, aber Ein Holzbrett Ein Holzbrett Robuste Bretter, mit denen man Fenster vernageln kann Perfekt, um ungebetene Gäste auszusperren Moment mal, da habe ich doch was Ah Da gab es doch vorher was Man kann mal Können wir jetzt eigentlich gleich sogar wieder zurückgehen Warte, was das? Achso, kann man nicht mit hinterher gehen Da gab es doch gerade dieses schöne Fenster Aber was? Es bringt doch sonst nichts außerhalb, dass es halt zu jetzt ist Also wenn wir hin, wir machen was Okay Okay, wir können wieder gehen Hätte man das machen sollen, äh, bevor Man diesem Zombie da begegnet Dann hätte er was gebracht wenigstens Ja, egal Wenn wir verwenden die Scheiße So kurz musste man nicht eigentlich immer dies hier Ja Kann man das hier nicht eigentlich immer kombinieren mit Ja, also Falls ich mich noch gut erinnern kann Ja gut, da Na, äh, soll ich sowieso nicht mehr sagen, weil Da waren Zombies Das ist das Erste Hilfe Spray Super Aber Ich finde leider echt keine Schlüssel Da habe ich nur diese komische Tippmaschine Was soll ja auch bewahren Ding Mh, hm, 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 hm Na, auch ja ein Schlüssel aber scheint, ja, komm, nicht Das ist ein Schlüssel, aber den findet man halt leider nicht Warte mal hier, das kann ich ja schon mal einsetzen Oh, das hat was gemacht tatsächlich Aber halt nicht wirklich gerade viel Ja Ja, das Machen wir noch zwei Dinge, aber Hier gibt es ja leider keinen Weg, wo ich lang kann ohne so einen Schlüssel Und ich habe halt echt keine Ahnung, wo der Schlüssel halt ist Es ist ein kleiner Schlüssel in so einer großen Area Das könnte ich noch nicht von mir erwarten Wahrscheinlich habe ich ihn da schon verpasst, oder? Was war hier? Presseraum Ja, da komme ich halt da Ne, warte mal kurz Da war ich doch Empfangen Aktenraum Ja, der ist so schlüsselt Kann ich ihn sonst so lang, hier geht auch nicht lang Besprechungszimmer Ja Und weil da geht es nicht Und was ist das hier? Schließlich Ah doch, da bin ich noch reingesprungen Weil ich ihm schlägt Moment mal Kann ja nochmal hingehen Da war immer Ja, ich muss mich jetzt ein rumgucken, ich muss diesen komischen Schlüssel finden Der auch nicht, der Typ Der auch nicht Auch keinen kleinen Schlüssel für mich Auch keinen kleinen Schlüssel für mich Da vielleicht echt gar nicht mal so schlecht Es hat so lächerlich so ein kleiner Schlüssel wahrscheinlich für jeden Raum, oder? Ich finde ihn halt nicht Das ist Ja, da bin ich nicht reingesprungen Warte mal Ne, hier geht Hier ging es auch nur so lange Warte mal, warum denn nicht? Ne, warte mal kurz, da war ich so ne Zeit Okay Und jetzt müssen wir halt das suchen Das ist ja schon mal eigentlich leichter dann zu suchen Eigentlich ist es das nicht, aber es ist leichter und klar Ah, es ist leichter als die kleinen Schlüssel zu suchen So viel steht fest So Dann geh mal wieder hier rein Da ist ja ja schon wieder Da ist ja ja schon wieder Ach, wo das alles gerne hier abgespeichert ist Was? Kann sein Ja Und ich habe das Spiel verlassen Kann nun schon sein, dass Das da nicht abgespeichert wurde Egal, ich will hier nicht mehr so viel So So Die verschlossen, warum ist die jetzt verschlossen? Die verschlossen Büro Westzeiten Ne, geht halt auch nie Ne, geht halt auch nie Was ist das denn für die Treppe? Was ist das denn für die Treppe? Ne Ne Hier lang Ja Ne Kann sein, dass ich darf, wenn ich noch gar nicht war Ne, hier war ich wirklich noch nicht Okay, Leute Oh, jetzt Alter, so viel Grau, ne Nochmal ein Holzbrett Warte Piss dich So Hier oben Hier oben Was hast du? Ah, Munition Ich bedanke So Hier war ich tatsächlich wirklich noch nicht Wo Woh Ah Uh Ah, okay Wo ist so ein komisches Ehh Ehh Ah, ich weiß was ich da für Paul Aber ja Dan them Dell deck deck they all What the fuck That just scared the shit out of me Ken Cap Cop 10 o Nein, natürlich nicht Ah Mann Finden Munition Ja, ich habe leider keine Flinte, ne Das ist hier jetzt natürlich ein bisschen blöd Aber weißt du was? Ich sage mal, das war dumm, aber jetzt habe ich wieder einen Platzfall Tragbare Tresor Boah Alles klar Einer ist mit dran Wenn sie einen Knopf um die entsprechende Lampen zu schalten Schalten sie alle ein, um den Tresor zu öffnen Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge drückt werden Wenn sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus Und sie müssen wieder von vorne anfangen Was? Okay Das war falsch Das war falsch Das war falsch Das war falsch Ah Okay Die 3 Die 3 Drei 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 hab ich auch schon Was? Drei hab ich auch schon Arzt auf Satz Teil über ein kleines Teil in der Eil ich habe eine geile Objekte schreiben oder das kann ich aber zufällig nicht wer lustig wer lustig was bringt aus der Strecke und das jetzt wenn man nachher nach oben hier sind Rutskraut jetzt Loll Stimmt es ging ja auch Loll Son of a bitch Loll Loll und als wir immer noch mal um L L L von mir so nun zu über die Pistole Munition nicht mehr als das ich will ich will es uns konnte wegwerfen ich habe mich an die Flinte was bringt sie mir oh ok dafür werfe ich sogar dafür werfe ich sogar meine leck mich dafür werfe ich sogar meine Flinte Munition weg für den Schlüssel so ein ausgefallener Schlüssel da kann ich wahrscheinlich aber nur in die Orte rein wo da auch dieses Symbol drauf ist weißt du was das genügend ich habe gar nicht hingeguckt scheiß das war das was wir uns haben wie da war das was anderes das was ich will die Tür schließt sich durch ein Brett das ist das ist das ist das ist das ist und hier noch irgendwo lang und ist die zu tun nun an die bibliothek kreis kreis das okay wir zurück wo uns das machen aber wenn der sagt wir müssen jetzt sofort zurück will ich jetzt wissen was er hat was er hat was ich nicht gedacht hätte und zurück können wir sowieso noch weil wir jetzt diesen schlüssel haben und damit können wir gucken in welche Räume wir jetzt rein können also ist eigentlich doppelter Grund warum wir jetzt wieder zurückgehen sollten die Bibliothek einer es gibt die ich habe ja auch wenn sie mit drei jetzt gekauft man gibt es ein so aus und wir sind die Willis und das kann ich gerne mal live streamen der Herr der Schindler der ist nicht hinter mir verdammt wie komme ich wieder zurück fuck ja hier bin ich reingekommen oder da komme ich jetzt nicht mehr durch Scheiße verdammt was ist denn das ja da da komme ich jetzt aber nicht mehr rein ja super warum sagt er mir das jetzt ich komme doch bestimmt irgendwie wieder zurück dann muss ich von der Bibliothek dann muss ich von der Bibliothek dann muss ich von der Bibliothek na gut dann gehen wir mal wieder zur Bibliothek hin da oh Gott hey halt die Klappe ja gut man muss ja irgendwo bei der Bibliothek sein ich kann ja nicht so ein High Jump machen aber ich könnte vielleicht eine Box entstellen aber das will er nicht auch warum auch so dann muss ich jetzt hier mal rum ja aber guck da gibt es Exit oh so ja ja oh das ist doch wirklich ein Einhorn so warte mal äh nutze ich mal nicht wo die sitzen Ein horn hat Fisch Irgendwas und irgendwas. Okay, das kann ich nicht erkennen. Erst ist auf jeden Fall Fisch. Das zweite könnte ein Violino sein. Nee. Warte mal kurz, ich muss mich jetzt nochmal genauer angucken. Das ist keine Violino. Äh, was? Das ist so leicht. Perfekt. Oh, ja gut, das muss ich jetzt unbedingt mit was ersetzen. Ich glaube, ich... Halt die Klappe. Ja, ich weiß, dass mein Inventar voll ist. Weiß ich, verwende es jetzt. Nutzen. So. Oh, mich regt es auf, dass man sich einfach direkt so ersetzen kann. Okay, hier kann ich nicht durch. Schon mal gut. Naja, komplett nicht. Was? Nochmal ein Kampfmesser. Ich habe noch eins und das ist halt noch ein gut. Warte, Herr. Oh. So. Okay, gut, dann hätten wir... Was? Was ist das? Ich will nicht jetzt wissen, was das ist. Oh. Oh. Boah, bin ich blöd. Das... Das ist was zum Einsetzen und nicht zum... Wie hier geht es... Geht es hier nicht weiter? Nein, ich war jetzt ein Witz. Ne, warte mal hier. Ich hätte einen Witz. What the... Okay, hier bin ich auch runtergekommen. Ah. Piss dich. Oh, rein in the deck. Oh, fuck. Oh, fuck. No, 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 not this fuck. Aber warte, Bach. It is... This is big brain. Wo ist der? Oh, weißt du was? Es ist mir egal. Aber exit, ja, da könnte... Exit. Da könnte ich natürlich mal rein, ne? Warte mal, was ist das? Rotes Buch. Keine Ahnung, was auch mal mit. Den Schlüssel habe ich. Wow. Oh, nicht schon... Ey, kann da schon ein zweites Messer von mir da stecken. Gibt es wieder zurück. Oh, fuck. Okay, tschüss. Oh, ich bin zurück. Kommt der jetzt auch rein? Nein. Ach man. Das war jetzt mein zweites Messer. Ah, Claire. Ja. aber erstmal lass mich mal ein kurzes Ding hier jetzt einsetzen ich will nur rein so'n Scheiß wo muss ich lang? Ostseite was? wo ist der Hof? ne nur im Ernst wo ist der Hof? ey Tresor was? Kalki Tresor ist er ja aufmachen oder? will er immer noch nicht naja was bringt was bringt denn dieses Teil? was hat's das denn? glaub für die Termine steht nichts drauf äh Und dann habe ich hier vielleicht einen Schlüssel. Vielleicht muss ich hier sogar lang. Oh. Alles gut. Oh, da ist er ja. Hold on, I'll be right there. Okay. There's something you shouldn't have to do. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? The helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy packets? Unfortunately, no. Like, how are you doing? You know, we're just surviving. It's good. Any luck with your brother? Yeah, thank you. There, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Okay, no. Also, wenn das jetzt mal war, muss das jetzt nicht mehr. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Okay, aber wenn wir ihn bei dir nur... Mir ist alles gut. You take care of yourself. You need to go. Now. Okay. Let's get through this. Go with us. Okay. Okay. Oh, wo war das jetzt noch mal? Oh, da brauchte ich irgendwo diese... Ich weiß, wie was wir das brauchen. Ich weiß, wo es ist. Oh, ich kann nichts machen. Hau auf zu telefonieren. Nein, nicht telefonieren, sondern... Ja, genau, genau. So was können wir nicht benutzen. Da hab ich vorher auch was gesehen. Und ich weiß jetzt auch wo. Hab ich ja vorher gesagt, wir brauchen wir sowas. Ah. Oh, fuck. Oh, fuck. Verpiss dich. Nein. Aber... Ich weiß jetzt hier noch mal einer. Ja, war man. Ich weiß. Ich hab mein erstes Hilfesprayer noch weggemacht. Ich hab mein erstes Hilfesprayer noch weggemacht. Ich weiß, dass mein Inventar voll ist. Ich mach aber einfach Schuss. Okay, das braucht mir auch. Oh, mein Gott. Ich bekomme mich so viele Key-Items, aber ich komme hier nicht weg. Ist es dein Ernst? Ich bekomme hier gerade echt zu viele Key-Items. Das kann ich nicht wegwerfen. Was soll das denn jetzt? Ah, scheiße. Ja, toll. Ja, gut, den kann ich doch wegwerfen. Was ist ein wichtiges Objekt? Ich hab keine Ahnung, ob wir den noch brauchen. Warum kann ich das Buch nicht wegwerfen? Ich schau jetzt hier ab. Meine Fresse! Ich bin ich noch eigentlich. Was? Oh, das heißt, ich bin gerade am Eingang vorbeigelaufen. Einfach geradeaus und mal nach links, oder? Ja, sicher. Das ist krass. Wo war es weggelegt? Nein! Jesus. Scheiße! Scheiße! Oh, okay, ich konnte... Ja, stimmt, ich kann es ja benutzen, ich gehe heilen. Oh, nee. Verpiss dich. Was willst du? Lass mich hier durch! Was? Oh, okay. Und wir haben noch alle Key-Items, die wir jetzt noch... Warte mal. Ja, wir haben das da und das da. Okay, also alles ist noch gut. Jesus! Das war ja gerade Intenses, fuck! Ja, man kann das doch noch benutzen. Ich dachte mir, vielleicht geht... Vielleicht ist es ja in dem Teil noch keine Heilung gewesen, oder so. Aber ja, ist Bullshit. Kraut war schon immer ein bisschen in die Heilung. Oder was ist ein Schmier jetzt? Oh, fuck. Kreuztür komme ich nicht rein. Wie sie sind denn jetzt hier? Da, schau noch mal eine. Da, schau noch mal eine. Ja, genau hier war das. Elektronikgerät. Okay, weißt du nicht, was wir das brauchen, wenn ich jetzt mal gebaut habe. Oh! Ach, Herz. Ah! Wo bin ich? Okay, ich bin hier. Okay, alles gut, da muss ich sowieso hin. Ah ja. Ah, nee, stimmt, ich habe das Brett. Haha, der Loser. Äh! Drüttig. Oh, fuck, das ist jetzt. Ne, das ist jetzt schon. Danke, schätze ich mal. Wo waren es jetzt, war das hier? Ja. Wegwerfen, sie können nicht die Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben, um ein Ding tragen, wegwerfen, nimm, wegwerfen, nimm sie, die ihren Zweck erfüllt haben, okay. Also das da, weg damit. Das bleibe ich mal noch nicht weg, weil ich traue dem Entwickler da nicht ganz. Das kann ja doch. Oh, so viel Fortschritt. Ich wusste es. Ich dachte jetzt, wenn dann, der wacht jetzt auf oder fällt um. Was? Was? Schießvoll, er teilt wieder Platz. Nicht mal mit. Ist das flinden? Ja, gut, es kann immer noch wegwerfen. Oder halt diesen. Oh! Okay, hier ist das letzte. Fick dich. Löwe, Pflanze und dieses Vieh. Hinter ihr kann... Warum kann ich damit nicht hinter... Nein. Nein! Ich bin gerade im Kreis gelaufen. Und ich hätte auch eigentlich da oben lang sollen. Kombination Schloss. Aber da... Ich habe ja keine Kombination. Wagenheber. Oh Mann! Jetzt habe ich mich gerade so gefreut. Nein. Der lebt ja immer noch. Verdammte Scheiße! Der Barster hat zwei Wässer geschluckt. Ah, nicht, ein anderer. Was? 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 Das ist ja mal total blöd. Nein! Was? Halten. Was jetzt? Ah! 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 Das bringt das wirklich... Nein, lass es mal! Schieb's nochmal! Nein, oh mein Gott! Das verpiss ich doch! Mein Gott, ich habe keinen Schuss, du Arschloch! No! Und dann hat mir auch keine Schlaganimation gegeben, Mann! Ich kann nichts gegen den tun! Nein! Nein, du bist echt nervig! Das ist... Aber da du eh leust, wie langfamste Sau, kann ich das jetzt eben schon noch mal. Ich weiß nicht, was? Ja! Ja! So weit mit dir. Nein! Oh mein Gott, ja. Das kann ich ja anscheinend wegwerfen. Wo ist der? Ich bin nervs mit Segel. Kann ich mein Messer wegen drehen? Ja, kann ich. Er hat übrigens zwei. Ja, hatte ich. Oh mein Gott. immer noch nicht was ich mit der flinten Munition machen soll singe ich mal jetzt mit einem anderen oder so so jetzt hab ich wenigstens zwei das kann ich natürlich auch noch bewegen so ach warte mal ach ich schaffe mir einen Weg nee ich bin blöd ich hab jetzt echt keine Ahnung was ich denn überhaupt mach doch ich schaffe den Weg ich schaffe den Weg ich schaffe den Weg weil da ist ja der wohnung ok haben wir es verstanden ich will das das kann ich auch gar nicht bewegen was das eine kann ich doch nicht bewegen da hat mir auch keine Sprenganimation gegeben wie es scheint und darüber kann ich jetzt natürlich auch nicht ne ich hab das schon irgendwo verstanden weil dieses hässliche Ding da drunter ist mann wieso das ist eigentlich ich hab keine Ahnung ja keine Ahnung hä wagenheber das ist ein Kombinationsschloss was ist ein Wartezimmer und Tresor toll bringt mir nichts was das ist das ist das ist jetzt nur das war das habe ich jetzt auch nicht den Schlüssel er hat der Welt wenn ich ihn zurück da waren zu viele Starsbüro da kommen sie nicht rein nur das hier ist nichts von einem Prozent Schlüssel das ist nicht auch geschlossen aber dabei ist es nicht viel das sind nicht rausgegangen stimmt ja es gab es ja auch ja Flint-Munition mann dass ich lieber mal liegen bevor ich dann noch wegwerfen muss ha und sie sind ich bin total blöd wo habe ich den Film hin ich hätte noch einen Film oh man der Raum bringt mich da auch nicht weiter oder was ja toll Mann da hast du Hilfe Sprayer das ist eigentlich wichtig ja komm weg damit so sonst liegt dir echt ernsthaft jetzt nichts aber warte hier gibt es ja auch noch was Batterie die Pauli locker auf für irgendwas ich weiß gerade noch nicht was was Büro Westseite 1 die Kombination lautet L 9 das habe ich jetzt noch oder ja 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 ok 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 ich lau ich geht hier raus und auf direkt nach links das ich 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 hasse dieses Vieh. Warte mal. Wo war ich so mal hier der Tresor? Beim Wartezimmer. Probieren wir das jetzt mal. Lalalala. Junge, Alter, dieses Vieh, ne? Das kommt einfach von unten runter, gejumpt und verletzt dich erst mal. Das ist voll nervig, das Vieh. Hoffentlich muss ich dann nie wieder zurück. Muss ich wahrscheinlich. Links, 9. Links, 9. Bruh. Zwei nochmal kurz. Was war jetzt hier nochmal? Was? Hitzebeständig, Adressant mit drei Zahlen, Schloss vom Stars Büro in zweiter Flur ins Büro Westseite ein. Die Kombination hatte links, 9, rechts, 15, äh, links, 9. Äh, links, 7. Ich mach was falsch, ne? Einmal muss. Die Kombination war ja noch mit Buchstaben. Ja, genau. Muss es ja hier sein. Ich guck nachher mal im nächsten Part. Und ciao. Ich würd doch sagen, wir machen das jetzt noch in dem Part, weil, äh, ich bin beim Fallschirm Tresor. Tresor. Aber danach ist Part Ende. Also ich glaub, da geht jetzt schon ziemlich lang. So, okay. Erstmal müssen, das ist nämlich im West Office, okay. Das, das ist Ost. Ich, Idiot. Und seit dem West Office ist nämlich, ähm, im Büro Westseite. Da waren wir aber den Link noch nicht drinnen. Also wir waren da drinnen, aber das hat nicht abgespeichert. Wisst ihr? Und deswegen, aber, war ja nicht so schlimm, dass das nicht abgespeichert hat. Das Schlimme ist jetzt, dass wir da wieder rein müssen. Oh, das sind die überhaupt noch überall Zombies. Davor waren ja überall Zombies. Ah, da ist ja wieder einer. Okay, ich muss genau zum Besprechungsraum, auch ganz hinten, weil ich bin ja jetzt dann hier lang gelaufen. Und dann noch rüberspringen. Ey! Pistoy, jetzt lass mich mal los. Nervt. Ach, komm schon! Das kann doch nicht euer Ernst sein. So, und jetzt geht er schnell rüber. Geht er schnell rüber! Geht er erst zum Glück diesmal tot. Jetzt hier. Direkt hier rein. Ja, falsche Richtung. Wo ist der Tresor? Wo ist der Tresor? Gibt mich aber niemanden gefolgt, jetzt, oder? Hä? Ja, warte mal. Da muss ich mich mal kurz gucken, ob ich mich noch erinnern kann. War der hier? Ja, der war hier. Neunmal nach rechts. Zeunmal nach links. Und siebenmal nach rechts. Ich verstehe irgendwas nicht. Okay, ich glaube, ich denke viel zu blöd nach. Ich glaube, man sollte es nicht mal perfekt auf die Nummer. Das letzte siebenmal nach links. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Leckt mich. Ich glaube, ich weiß, was ich falsch hatte. Ich habe eins zu wenig gezählt. Was? Wie bitte? Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ein, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Jetzt siebenmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich check das nicht. Oh mein Gott. Dieses Tutorial-Video hat mich getrollt. Der hat es in die falsche Richtung gemacht. Ja, so. Ja, klar. Macht dann schon Sinn. Natürlich. Neumal. Rechts. Äh. Links. Siebenmal nach rechts. Ey, ich hasse es langsam. Okay. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Nein. Okay. Neun. Zehn. Ich. Es ist frustrierend. Es ist verdammt frustrierend. Aber ich glaube, es liegt daran, dass ich einmal die ganze Grad gefällt habe. Halt die ganze in die falsche Richtung gedrückt habe. Daran wird es wohl liegen. Oh. 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 Endlich. Geht los, Asche. Oh. Okay. Okay. Kleiner Beutel. Ja. Okay. So. Weiter geht's im nächsten Part von Resident Evil 2 Remake. Und ciao. 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 Vielen Dank.